ja und herzlich willkommen zu einer weiteren folge bei crit so wie es aussieht gehen wir bleiben mal in der stock kategorie drin aber wir gehen zu den pro trucks also ich habe es hier mit dem muscle cars gerade nichts mehr offen das kann sein hier ist nach hovall stocks okay hier kommt dann wieder ein bisschen muscle car einmal ja nur einmal noch weiter hinten dann würde ich mal sagen ich bin auch mal sehr gespannt was sie überhaupt kosten und die auswahl ist aber sehr sehr überwältigend okay welchen nehme ich dann hier ich glaube ich entscheide mich mal für den dumontal 37 war eine schwere entschuldigung leute hat auch einiges gekostet eigentlich wollte ich ja oben noch bei den tuning cars ein bisschen geld sparen ja hier diese lackierung sind ja eigentlich theoretisch immer dieselben also nach und nach tut man auch mit diversen rennen auch sachen freischalten aber diese standard dinger also hier das da man kriegt es überhaupt ich weiß gar nicht oder soll man mal als standard lassen so ein bisschen so was rockstar energy mäßiges so rot gelb erinnert mich so ein bisschen am rockstar wo sind wir hier gelandet wir haben ein drei runden rennen beziehungsweise erstmal so qualifien ja ich sogar nur ein rennen gel also wir müssen gleich hier vollgas geben wenn man sehr gespannt auch wie er sich fahren lässt gerade so beim kurvenausgang ja das war schon ein bisschen mein fehler schrecklich verlassen was diese runde wird nicht gewertet oder so ja wir können ja noch mal noch mal eine runde machen noch mal wiederholen okay sehr sehr interessant natürlich wieder ganz anders zu fahren oh jeder rutscht hat wieder extrem weil ich jetzt gar nicht so finde wegen heckantrieb ich glaube ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet das ist mein großer fehler gewesen ich glaube der hat auch ein heckantrieb aber der geht schon vor der kurve rutscht er schon so übelst rein hier müssen so wirklich so richtig schön sanft fahren und dann geht es einigermaßen sechs sekunden hinten dran fache waren es klappt um die vier oder so das heißt wir sind da auch ein bisschen langsamer unterwegs jetzt kann ja mal sehr interessant werden mit dem karen hier ja interessant alles hier so wir haben eigentlich auch gar keine zeit abgeliefert weil wir halt einfach glaubt zu stark die strecke verlassen haben eigentlich wollte ich auf ja neu starten ich habe wiederholung gelesen habe ich gedacht so hey ich wiederhole noch aber ja das sagt ja die video wiederholung kann es sein dass sich die zeiten geändert haben oder wenn es nicht ganz sicher 53 hat er da nicht 52 irgendwas hier platz eins bin mir jetzt nicht ganz sicher das ist sehr gewöhnungsbedürftig was schon ein bisschen schlimmer wie die camaro sind schon achtzehntel hinten ich fand da war die camaro fast schon besser zu fahren wenn das einzigste ist hat so jeder hat den selben wagen also ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen so ich hatte die auswahl von drei fahrzeugen ich habe das schlechteste genommen oder so kann ich jetzt leider gar nicht sagen verdammt ich habe eine ausrede weniger aber ja war mit dem wagen nicht so gut klar muss ich ehrlich irgendwie dazu sagen ach was strecke verlassen weil ich jetzt hier die band die berührt habe okay jetzt habe ich quasi natürlich wieder keine zeit abgegeben ich hätte es gerne schon interessiert was ich für eine zeit gehabt hätte doch vielleicht wäre besser dritte runde so ein bisschen ein führung ich muss mir auch einmal so richtig durchdüsen also richtig mit einem drift durch oder so gerade in der ersten kurve wir sind sogar ein ticken schneller als davor so eine sekunde verraten wir zwei sekunden wir werden schon besser aber ich werde trotzdem wohl der ich mal extrem im mittelfeld seien mittelfeld wäre eigentlich platz also ja mittelfeld mittelpunkt wäre platz 8 oh je ich denke eher so an platz 10 aber jetzt hier noch mit dem rutscher hier wieder aus beschleunigt sehr schlecht 14 naja hoffen wir mal das beste dass wir im rennen was gutes hinbekommen ist natürlich auch ein bisschen übel halt nur ein rennen so macht das schon mein kollege schon sagen auf platz 12 oder level 12 finden sie auch interessant wie die leute so ein bisschen die bei den levels mitsteigen aber was das für die gegner heißt keine ahnung das geht nicht ab okay jetzt habe ich schon zwei wieder sache oder drei wieder sache okay wir sind ja auch so ein bisschen hier im stock bereich also da kann man auch ein bisschen crashen weil mit so einem lamborghini oder so einem rennen und keine ahnung sind gt rennen oder so da wäre es natürlich nicht sehr schön und die fahren auch schon sehr brachial oder aber hier ist glaube ich schon okay ein bisschen zu crashen ja toll so ist natürlich sehr unfair dass es so richtig schön in reingeht so ein bisschen zur seite drücken hey das ist doch vollkommen okay oder aber so hinten rein fahren dass es einen dreht leute ist schon ein bisschen unfair bin dem einen auch noch an die seite das habe ich hier abkürzen was ich hier mache oh je ich mache mir ein bisschen zu auf platz vier wir sollen platz drei sein mindestens oh das war zu viel das war nee das war fach aber nicht in wieder sache oder wo mich da drehen lassen hat die fahren auch so ein bisschen manchmal so ein bisschen im drift sind aber dadurch auch sogar ein ticken schneller sehr interessant aber irgendwie verliebt zeit okay das kann natürlich sehr interessant werden ist natürlich auch ein bisschen blöd weil mich ja keine richtig guten platzierung hinbekommen und wir haben jetzt 130.000 vor den wagen hier raus gegeben ist natürlich nicht so toll die top 3 die schee schon sehr weit weg die stöße können bestraft werden okay werden aber nicht oder wie aber wieso ist jetzt meine runden zeit wieder rot eigentlich ein paar stöße können können also ist hier lesen mal nicht lesen und fahren mein kollege bleib da hinten das rennen an sich naja kämpfen als herren mit dem wagen hat auch nicht vorbeifahren wer wüsste denn doch weiter hinten ja plus fünf sekunden jetzt über platz 14 na super halte ich war platz 5 oder so ja aber die hinter mir waren halt wohl sehr nah aneinander ja das ist ja unfair es wurden folgende strafen angewendet fünf sekunden endposition 14 gewinnen kurz und keine naja naja sogar mein teamkollege noch vor mir aber nur gut und Das war's.